Höckefizierung beim Söder. Die CDU hat jetzt AfD-Sprech. Denn man meint, zur Ehrlichkeit gehöre es dazu, zu sagen, dass der Deutsche sich fremd im eigenen Land fühlt. Ja, mal, was hieß denn da in Bayern los? Hat's der Söder und Adolf zur Frühzeit gehübt? Ja, die Höckefizierung greift um sich. Auf einmal klauen alle die Ideen der AfD, geben das als ihre eigenen Standpunkte aus und klauen auch noch den AfD-Sprech. Plagiat, sag ich da, Abschreiberitis. Du, sag mal, ist das denn noch original? Tja, die Zahl der grauenvollen Taten steigt, steigt und steigt. Doch vor die Hunde geht Deutschland nicht wegen der immer wachsenden und krasser werdenden Kriminalität. Nein, es ist natürlich die Gefahr der AfD, die permanent besteht. Und das, obwohl die AfD nicht überrepräsentativ in der Kriminalitätsstatistik vorkommt, so wie andere gewisse Gruppen. Und obwohl man jetzt den Untergang Deutschlands angekündigt hat, weil die AfD zweimal 30% geholt hat und jetzt vielleicht in Brandenburg wieder 30% und mehr holt, geht Deutschland seit mehreren Jahren beharrlich unter, ohne dass wer großartig was zu sagt. Nun ändert sich das langsam. Und immer mehr Politiker greifen zu drastischen Worten, die man eigentlich eher von der AfD kennt, beziehungsweise bei Frage-Rate-Spielchen eher das Ganze dem Höcke zuschustern würde. Und ja, wiederholt verwendet der Söder Höcke-Spräch. Und zwar gestern im ZDF-Interview am späten Abend, wegen den Vorfällen in München. So meint der Oberindianer von der CSU in Bayern zu Dunja Hayali, wortwörtlich, Diese Immigration wächst uns über den Kopf. Bitte auch ganz ehrlich sein, in vielen deutschen Städten fühlen sich auch viele Deutsche nicht mehr zu Hause und sind unsicher, wie es weitergeht. Eieieiei, das klingt ja ganz stark nach, Deutscher ist fremd im eigenen Land. Jetzt wird sicherlich der eine oder andere meckern, Naja, aber bei den Leuten wird es so ankommen. Und gerade bei den Grünen wird das so ankommen. Zum Beispiel, Ricarda Lang hat jetzt vor kurzem schon mehrfach die Stimme Richtung Söder erhoben. Wo man sich fragt, wie lange können sich die Grünen noch zurückhalten, bevor sie ihn Södolf nennt. Und ja, manch ein Grüner fragt sich vielleicht schon, was der Bartwuchs vom Söder soll. Will er sich als ein bestimmter Österreicher verkleiden? Ich meine natürlich Adolf Andreas Mayer, besser bekannt als Andy Borg. Nicht, dass es hier zu Verwechslung kommt. Oder will Söder dieses Jahr den Bösewicht aus Flash Gordon geben? Ming. Man weiß es nicht, aber was man wissen könnte ist, jedenfalls habe ich den Eindruck, die Grünen wollen jetzt die CDU bzw. CSU so langsam aus der elitären Riege der selbsternannten Demokraten ausschließen. Und lieber mehr in Richtung rechts zur AfD. Und naja, da passt es ja dann eigentlich ganz gut, dass der Söder jetzt so ein Hücke-Sprech übernimmt. Ist ja nicht der erste Hücke-Sprechsatz, den er von sich gegeben hat. Vor kurzem ja die Äußerung, ich zitiere, Man weiß oft gar nicht mehr, in welchem Land man ist, aber das ist unser Land. Geht ja auch in die Richtung der Deutsche fühlt sich fremd im eigenen Land. Eigentlich etwas, was als böse rechte Parole verschrien ist, die man nicht sagen darf und ganz schlimm. Aber genau das sagen ja die Leute. Und zwar nicht bloß einzelne Leute, sondern das sagen ganz viele Leute. Wenn man den Leuten zuhören würde, was ja die Grünen nicht machen, dann würde man das ständig hören. Und wenn Söder sagt, dass man da ehrlich sein muss, gehört genau das zur Ehrlichkeit dazu. So zu tun, als sei das nicht so, so zu tun, als würde es das nicht geben, das wäre ja Lügen. Und es ist ja nun mal so, dass man an öffentlichen Plätzen in erster Linie Nicht-Deutsche sieht, die dort rumlungern. Wo dann allerhand kriminelle Taten passieren und die Leute diese Plätze meiden. Beziehungsweise lieber gleich ganz zu Hause bleiben. Weswegen ja zum Beispiel in Bremen ein Weinfest komplett abgesagt wurde, weil auch schon im Vorjahr massive Probleme in der Richtung aufgetreten sind. Abgesehen davon, dass der Platz, der zur Veranstaltung immer verwendet wurde, tagtäglich Ort von kriminellen Problematiken ist. Und ja, auch im Vorjahr sind zu diesem Fest weniger Leute gekommen, weil im Jahr davor schon die Probleme waren. Linksgrüne Bessermenschen leugnen das natürlich alles und behaupten, das Fest ist nur abgesagt worden, weil es halt nicht mehr so gut läuft und die da miese machen. Ja, warum läuft es denn nicht mehr gut? Tja, das Kartenhaus der Bessermenschen fällt immer mehr in sich zusammen. Die Feinde, die sie an die Wand malen als das ultimative Böse, existieren gar nicht so, wie sie behaupten. Das Problem von rechts verblasst im Vergleich zur aktuellen Kriminalitätsproblematik. Und die Leute sind es leid, die immer selben Sülzereien zu hören, die sie aus vielen Jahrzehnten kennen. Es ist eben nicht der haarlose Springerstiefel-Depp, der ihn nachts auflauert. Es ist das Thalerhühnchen, warum sich die Leute nachts nicht mehr auf die Straße trauen. Auch Gewalt gegen Frauen möchte man in erster Linie rechts in die Schuhe schieben. Vor kurzem hatte ja die grünen Politikerin Emily Bühning die völlig abstruse Behauptung aufgestellt, dass wegen dem Sieg der AfD jetzt Frauen wieder zurück an den Herd müssten, um hier den Mythos des gewalttätigen rechten Manns zu bedienen, der seine Frau unterdrückt und an den Herd zwingt. Obwohl es aktuell haufenweise Fälle gibt, wo Täter mit Immigrationshintergrund das Leben ihrer Ex-Partnerin beendet haben. Trotzdem will man solche Fälle generell dem Problem Mann und Männlichkeit zuschreiben. Warum ich als Mann für sowas die Schuld kriege und behauptet wird, ich würde auch sowas machen, ist mir völlig schleierhaft. Aber sowas ist typisch Grüne, typisch Linke. Die scheinbar oft einen Hass auf Männer haben und den auch gerne ausleben, dann aber möglichst Männer bevorzugen, die unweiß sind. Diesen absurden Kokolores habe ich noch nie verstanden. Anstatt das Problem beim Namen zu nennen, zeigt man lieber auf jemand anderen und behauptet, der ist schuld. Und dann will man genau den dazu zwingen, sich zu ändern, der gar nicht schuld ist und der auch gar nichts gemacht hat. So gab es ja zum Beispiel 2016 den völlig absurden Fall, wo die Bundessprecherin des Jugendverbands der Linken, Selin Görin, einen deutschen Täter erfunden hat, obwohl ein Flüchtling sich an ihr vergangen hat. Und ja, obwohl Gewaltforscher genau wissen, wie die Zahlen aussehen und die Zahlen sehen so aus, dass eben mit Immigrationshintergrund überproportional vertreten ist, ja, wollen sie es lieber so drehen, dass irgendwie was andere schuld sein soll. Und ja, es ist Frauen verboten, über diese Problematik öffentlich zu sprechen. Ja, da muss man den Mund halten, da muss man schön grinsen und so tun, als sei alles wunderbar. Die Angstwege, die man täglich gehen muss, nicht nur als Frau, auch als Mann, aber als Frau ist man dem Ganzen noch eher schutzlos ausgeliefert, als ein Mann, der sich körperlich eher wehren kann, als eine Frau. Aber spricht jemand groß über diese Themen? Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, ich erlebe es leider oft, dass dann Frauen, die Angst haben und diese Angst äußern, als Spinner abgetan werden. Die bilden sich das bloß ein, die lassen sich ja ihr Leben vermiesen und so weiter und so fort. Angst ist eine natürliche Reaktion und sie schützt uns vor Schlimmeren, die Angst. Angst macht uns nicht zu etwas Minderwertigen, sondern Angst macht uns wachsam. Und sich einzureden, es gebe keinen Grund für Angst oder man habe keine Angst, naja, ist nicht gerade die schlauste Variante. Und naja, dass Frauen seit der Kölner Silvesternacht sich immer weniger sicher fühlen und auch immer mehr fremd im eigenen Land, ist ein Thema, worüber man gerne schweigt. Ein Thema, worüber Söder, seine CSU und auch die CDU seit Jahren schweigt und nichts tut. Im Gegenteil, sie sind ja schuld an dem ganzen Kram. Und dass Söder nun nach jahrelangem Nichtstun und unzähligen Opfern jetzt mal sich traut, das anzusprechen, weil die Taten immer schlimmer und drastischer werden, das ist eigentlich purer Hohn. Und auch das großspurige, ständige Fordern vom Söder, die Ampel möge, zurücktreten, ist auch lächerlich. Denn eigentlich müsste er ja mal zurücktreten, wegen seiner ganzen Verfehlungen, wegen seinem jahrelangen Schweigen, seinem jahrelangen Nichtstun. Oder anders gesagt, wer als CSU oder CDU fordert, dass die Ampel zurücktritt, sollte erstmal selber zurücktreten und den Weg freimachen für Leute, die noch Anstand haben. Denn dass ein Söder sich wohl auf einmal hier fremd im eigenen Land fühlen will, also das finde ich ziemlich befremdlich. 지난 1. Die Ampel übernehmen Vielen Dank.